Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute öffne ich diese zwei Crossover Gangs. Diese zwei Crossover Gang Pakete. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Pack. Hier wieder so eine Karte. Und dann gleich so ein Pack. Schade, dass ich das andere bekommen habe, wird es auch egal. So, wir öffnen es. Und wir kriegen natürlich gleich unsere ersten zwei Pakete raus. Ich öffne jetzt erstmal das erste Paket. Ich glaube, es sieht so aus als erst schon was Gutes. Oh. Und es ist der Keks. Keine Ahnung, was das jetzt hier an der Seite soll. Aber jetzt haben wir ihn schon zum vierten Mal. Okay. Also den Keks kriegt man, glaube ich, sehr leicht. Gleich zum nächsten Pack. Na, ich glaube, den haben wir auch schon. Ja, ich sehe es. Es ist die Dalzer Sorte. Das erste Pack war wohl nämlich nicht so ganz viel Glück. Ich glaube, wir haben beim nächsten Pack etwas mehr Glück. Dann lege ich die mal hier rein. Warte mal. So. Ich habe es gleich. So, jetzt. Oh, ja. Warte. Jetzt haben wir immer wieder Glück. Dann wieder dieses Schokoladenling. Und das hier. Das geht nicht. So. Ich glaube, wir haben diesmal etwas mehr Glück. Ich glaube, diesmal ist sogar das Glück auf unserer Seite. Ja, wir fangen mit diesem Pack an. Und es ist... Leute, guckt mal was... Leute, da fehlt uns. Also die Brokkoli. Wie cool die einfach so aussieht. Ich wusste auch, dass dieses Pack besser wird. Und das Loch sieht auch total cool aus. Hammer. Und gleich zum letzten Pack. Ich hoffe, es wird besser. Also auf jeden Fall kein Doppeltaum. Oh, ja. Das sieht sehr gut aus. Ja, Mann, Leute. Der ist echt gut. Ja, ich habe jetzt einen anderen Müsli-Riegel. Ist doch cool, oder? Das waren noch sogar schon alle Gossery-Gangs. Ich hatte ja da mir nicht so viele. Aber ich zeige euch die jetzt auch nochmal. Einen Moment, bitte. Da bin ich. Schaut euch hier an. In diesem Pack hatten wir... Ja. So einen komischen Keks hier. Die Salsa-Soße. Zwei Doppelte leider. Fischkapp. Hier ist jetzt die andere Packung. Darin halten wir das Brokkoli und die Müsli-Riegel. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben für dieses coole Video. Und ich hoffe, es hat euch noch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr mich auch abonniert. Und vergesst nicht die Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn das nächste Video rauskommt. Dann würde ich sagen, ciao, Leute.